So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Und ja, warum müssen wir das alles in mein Englisch heutzutage machen? Das heißt ja auch Club Computer und nicht Laptop. Scherz bei der Seite. Das ist das Kids Magazin Nummer 18 für 4,20 Euro. Seht mal, mit Gummitierchen von D. Augustini. Und so eine Art Schleimknetzeug, was man feucht macht und dann wird es zu Schleim. Es kommt drauf an, wie viel Feuchtigkeit, also wie viel Wasser man im Glas tut. Umso glitschiger wird es, glaube ich. Aber wie gesagt, einfach nur ein schnelles Infovideo, wo ihr was findet. Also, ein Gummitierchen-Tütchen von D. Augustini ist richtig cool. Kann ich demnächst wieder ein Unboxing von machen, weil davon habe ich ja noch ein paar Tütchen. Dann dieses Schleimglitter. Wer sich damit natürlich schon auskennt, schreibt es mir und alle anderen Zuschauer natürlich in die Kommentare. 5 bis 10 Minuten Wasser, ein Tütchen reicht für 2 Liter Wasser. Also, wenn ihr dann weniger nehmt, 1,5 Liter, dann müsste es, glaube ich, glitschiger werden. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Könnt mir das mal in die Kommentare schreiben, hau ich mich das ungefähr so richtig gesagt habe. Aber nichtsdestotrotz, diese beiden Extras sind an das Kids Magazin Nummer 18 für 4,20 Euro dran. Und da blättern wir natürlich jetzt mal drinnen rum. Wer es nicht kennt, man sollte was fehlhaft schon ganz abmachen. Ups. Sonst kann man nicht wirklich umschlagen. Aber wie ihr seht, es geht alles um die Welt. Und Natur, Tiere, Seltenes, Geckos sind natürlich immer cool. Gerade von der Augustini. Ah, ja, das Magazin hatte ich auch schon ewig lange Zeit nicht mehr angeboxt. Aber ihr kennt mich ja, was ich für Plastikschrott übrig habe. Nee, nicht wirklich. Was haben wir hier? Oh, eine Tabelle, Delfin. Oh, hier haben wir jetzt Tierposter. Mehrere. Eins und zwei Seiten. Auf der einen Seite war, glaube ich, ein Gorilla. Und auf der anderen Seite ein Hai. Mit Fische rundherum. Sieht auch witzig aus. Aber nichts für mich. Ja. Pinguine. Da war ich ja auch sehr erstaunt, wo ich in Afrika Urlaub gemacht habe. Afrika ist warm. Ich habe da guten Hoffnung. Kommen hunderte immer an den Strand. Aber das scheint richtig witzenswert zu sein. Muss man lassen. Das muss ich mir nachher mal richtig mal zur Brust nehmen, wenn man so schön sagt. Aber wer die Magazine schon kennt, schreibt es mir und alle anderen Zuschauer natürlich in die Kommentare. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Bestellschein, ja. Geht natürlich weiter. Rätsel, Spaß. Die nächste Ausgabe. Aha. Und hier Löwenzahnmagazine. Was da so drauf ist, habe ich natürlich auch vor kurzem angewockt. Aber wie gesagt, das Kids Magazin Nummer 18 für 4,20 Euro mit zwei coole Extras. Kann man auf jeden Fall sagen. Wer die Magazine mag, Gummitierchen geht immer. Werde ich den nächsten Unboxing von machen. Glibberzeug ist bestimmt was für euch. Schreibt es mir in meine Kommentare. Aber ansonsten war es einfach nur ein kurzes Infovideo, welches Magazin ihr, oder euer Geld, für welches Magazin ihr ausgehen könnt, was ihr dabei kriegt. Das war's. Aber nichtsdestotrotz ist das allerwichtigste natürlich, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.